Wir haben ein Grundstück gekauft. Huzzah. Ja. Ganz schön leer. Und zwar nur das Grundstück. Ja, wir bauen uns jetzt ein Haus. Genau. Da stehen die jetzt erstmal rum. Deine Sims haben Wünsche, dass wir auch noch nicht. Mach es weg, mach es weg, mach es weg. Ja, ja, ja. Und dann drücken wir mal auf Pause. So, und gehen in den... Baumodus. Baumodus. Oh ja, wir haben jetzt ein riesiges Grundstück. Das brauchen wir als erstes. Nee, das geht so nicht. Wir müssen erst das bauen und dann wieder löschen. Also, erstmal brauchen wir... Was brauchen wir denn zuerst? Eine Wand? Fundaments. Was nehmen wir denn für ein Fundament? Ein stabiles? Achja, Sekunde, Augenblick. Ich kenn mich damit nicht aus. Ja, genau. Mach mal ein bisschen Geld. Weil wir wollen euch ja das bestmögliche Spielerlebnis kredenzen. Also cheaten wir. Cheaten ist gut. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich hab soweit nichts gegen Cheaten. Kommt natürlich immer aufs Spiel an, aber gerade zu Präsentationszwecken und sowas finde ich Cheaten an sich nicht verkehrt. Wer also ein Problem damit hat, wär doch egal. Ich kenn mich damit nicht aus, aber ich nehm das jetzt einfach mal. So, ähm... Wo bauen wir das denn hin? Wir wollen ja auch einen Weg haben. So, einen Anfahrtsweg. Gedöns. Also ein bisschen weiter hinten. Yyyy.. Wie komisch. Muss man das da hinbauen? Ich weiß nicht. Ah.. Aha, und da kommt dann das Haus drauf, ja. Scheint so. Scheint geklappt zu haben. Ja. Ist die Größe genehm? Blblblblblblblblblblblbl. Das größer ist meine Wohnung. Ja, und dann machen wir Da noch so nem Pool hin und so gedöhnt. Von mir aus. Gut. Dann, was ist das? Türen und Fenster, Wände, Böden, nee. Wieso nicht? Weil das uns nicht geht, meine ich. Doch, klar. Gucken wir uns die Treppen an. Was haben wir denn da Schönes? Pure Treppe. Die links unten finde ich interessant. Nee, die sieht komisch aus. Ich sage ja auch nur, dass sie interessant ist. Eine Gotentreppe. Die finde ich gut. Nur für Goten. Genau. Die nehme ich. So, guck, die kann da jetzt erstmal irgendwie gar nicht her. Kacke. Siehst du? Ich glaube, wir müssen erstmal einen Boden dahin machen. Dann mach erstmal einen Boden dahin. Was ist das? Stein, Holz, Fliese, Stein, Inholium, gegossen. Gegossen, ich habe Geogossen gelesen und dachte mir, was? Was wollen wir denn haben? Keine Ahnung. Das ist das Grundlegungsblüsse. Die schwarzen Fliesen? Ist doch langweilig, ich will mal noch was Schräges. Ja, die, die finde ich gut. Oh mein Gott. Sollen wir alle Augenkrebs kriegen? Ja, wenn die uns schon hier zu zwingen, dann ist das meine Rache. Hm. Lalala. Das wird eh noch in jedem Raum geändert. Ja, ich höchte auch. Und ich glaube, wir müssen da so erstmal einen Weg hin machen. Denke ich. Kann gut sein. Aber wahrscheinlich eher nicht aus Teppich draußen. Nee. Hatte ich jetzt nicht so vor. Alles hässlich! Ist das auch hässlich? Kommt mal hübsch, ne? Ja. Gibt's hier keine Wiese? Gibt's nicht. Nee, das müssen wir bei den Draußensachen machen. Verstehe. Weil es draußen Sachen gibt. Draußensachen. Ich mach lauter Scheiß. Ja. Ja, ich würde sagen, wir müssen jetzt mal Wände machen. Ja. Okay. Erstmal so insgesamt drumrum, ne? Das wär nicht verkehrt. Oh Mann, das wird lange dauern. Habt ihr jetzt da euch was zu lesen mitgebracht, Leute? Das geht alles im Schnellmodus. Oh nein! Hahaha! Wie kann ich das wieder wegmachen? Ich doch nicht. Oh nein! So. Steuerung Z. Fürs nächste Mal. Ja. Wie bei Photoshop etc. Praktisch. So, jetzt haben wir lauter Wände. Jetzt müssen wir überlegen, wie die Raumaufteilung innen sein soll. Äh, fehlt da eine Wand? Nein. Ah. Wie wärs einfach mit einem Kreuz? Wie viele Räume brauchen wir denn überhaupt? 4. Ich mein, da muss jetzt eh erstmal ein zweiter Stopp drauf. Das wollen wir jetzt machen. Wie geht denn das? Keine Ahnung. Äh. 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 Wow. Was sind drei Punkte rechts? Ist das für Blinde oder verschiedenes? Äh. Versuchen wir es doch jetzt mal mit der Treppe. Ah ja. Es scheint jetzt zu gehen. Gut, die müssen wir erstmal drehen. Oder auch nicht. Dann können wir die nehmen. Und da so hinpacken. Ja. Und jetzt die Wände wieder weg. Aber jetzt brauchen wir da doch erstmal ein Geschoss. Ja, das kommt dann ja. Das ist ja jetzt da. Meinst du das dann automatisch da? Ich denke. Ich glaub nicht. Was ist das? Geländertool? Verbindungstreppen. Ey, das ist ja Quatsch. Oder? Das ist Quatsch. Jetzt müssen wir da einen Boden hin machen, würde ich sagen. Ah, hier, hier links. Hier, hier kann man die Stockwerke wechseln. Ah. Ah. Du bist so gut. Ja. Ja, und da können wir dann ja für jeden Raum, den wir haben wollen, sowieso irgendwas machen. Ja. Aber dann würde ich sagen, das schneiden wir jetzt erstmal die Erdgeschosswände, ne? Ja, ich nehme jetzt erstmal was Billiges, damit wir überhaupt sehen, wo unser Boden ist. Ja, ja, ja. So, und da müssen wieder Wände hin. Und da war doch eben sowas hier. Ah, das ist praktisch. Okay. Dann machen wir das jetzt mal so. Gott, von dem Boden wird mir schwindelig. Ist ja nur provisorisch. So. Warum machst du das hier eigentlich? Oh nein, so. Ich bin doof. Ja. Und, äh, ja. Jetzt musst du aber erstmal in den unteren Stock zurück. Ja, und wie geht das dann? So, äh, das muss irgendwo ein Löschen-Tool sein. Eigentlich schon, ne? Äh, markier doch erstmal die Band, wie wär's damit? Ich weiß nicht, das kann ich nicht. Mit der Hand? Ich hab die Hand. Oh. Die Patentool. Was ist das da unten links? Das Draufsicht. Ah. Äh. Hm. Hm. Keine Ahnung. Tja. Ich mach einfach oben schon mal ein bisschen was. Ja. Ich bin gleich wieder da. Okay. So, ich hab Unterstützung mitgebracht. Mit einer, die eigentlich den ganzen Tag nichts anderes tut. Wie geht denn das jetzt? Wie kann ich den Boden unten löschen? Und die Wände. Also nur die Wände halt. Du kannst auch Hallo sagen. Achso, hallo. Das war nicht vorgespult. Wand? Ja. SPAG? Aha. Und da soll einer drauf kommen, ey. Das geht auch so mit Boden. Einfach Boden. Ja, ja, lass mal. Also einfach Steuerung drücken. Genau. Alles klar, danke. Danke. Geh mit allen Sachen, außer mit Böden. Geh mit Gott, los, geh. Cool. Bis dann. Denn wir machen ein schwebendes Haus. Ja. Yeah baby, yeah baby, yeah. Und wenn ihr fragt, warum? Weil's cool ist. Weil wir's können. Genau. Warum geht das jetzt nicht? Da ist die Treppe im Weg. So. Yeha. Cool. Jetzt können wir auch den Boden nochmal anders machen. Das kann ich jetzt zum Beispiel weg machen. Da können wir auch so'n Schwarz nehmen machen. Ja. Das ist so'ne Tronhütte dann. So. Schön. Ich hab gedacht, hier ist ein Schlafzimmer, Badezimmer, Küche und Wohnzimmer. Okay. Erstmal den Bodenbelag. Ja. Im Schlafzimmer ist Teppich würde ich sagen. Ja. So was in der Art vielleicht? Ja, 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 ja. Äh. Äh. Hä? 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 Ich bin doch im richtigen Stockwerk. Äh. Warum geht das jetzt nicht? Keine Ahnung. Komisch? Sehr. Drück mal, lösch mal was von dem vorhandenen. Also jetzt bin ich oben. Aber wie weit oben? Ne, jetzt bin ich noch eine Etage drüber. Ne, ich muss da hin. Lösch mal was von dem vorhandenen Boden. Ich kann ja gar nichts machen hier gerade. Du hast unsere Treppe geklaut. Nein. Nein, jetzt ist sie da oben. Da sollte sie gar nicht hin. Jetzt ist sie voll falsch. Oh nein, was habe ich getan? So. Pfff. Aber wieso kann ich denn jetzt den Boden nicht ändern? Weiß ich nicht. Hä? Hast du da jetzt generell was in den Baum? Ja. Du bist unten. Aber ich bin ja gar nicht unten. Hm. Jetzt bin ich ganz unten. Jetzt bin ich ganz unten. Jetzt bin ich ganz höher. Und jetzt bin ich hier. Lösch doch mal was vorhandenes. Steuerung gedrückt halten. Höhe. Ist der ganze Boden weg? Komisch. Wir haben das Spiel getötet. Aber wirklich. Ich würde sagen, wir machen die Wände da nochmal hin. Und löschen die zum Schluss. Okay. So. Alles andere seltsam. Teppich fürs Schlafzimmer. Genau. So. Ich habe hier gerade dein Lustigen gesehen mit Tierpfoten. Das kommt dann ins Bad. Tierpfoten ins Bad? Ja. Mal gucken. Oh mein Gott. Ist jetzt natürlich alles noch sehr dunkel. Ja. Da müssen wir ja auch Lampen hin bauen. Im Fenster und so. Oh wie süß. Sternenhimmel. Ja. Ich finde das lustig. Aber ich finde im Badezimmer kommt so was Tropisches hin. Okay. Das ist zwar nicht tropisch. Aber so ein bisschen. Ja so ein bisschen. Was kommt denn ins Wohnzimmer? Da kommt was Holziges oder? Ja. Wäre ich für. Aber was? Das? Ja. Sieht alles noch relativ hässlich aus. So. Und die Küche. Die kriegt Fliesen. Und für alle die jetzt neugierig wären. Ja. Wir könnten auch Singles let's playen. Beziehungsweise let's showen. Aber da würde YouTube austicken. Alice fragt sich jetzt vielleicht was ich damit meine. Singles ist im Grunde genommen das gleiche wie Sims. Nur dass das ultimative Ziel des Spiels ist die Leute bingern zu lassen. Oh mein Gott. Was sollen wir nehmen? Inklusive Nacktheit und allem. Was sollen wir nehmen? Das da drunter. Das rechts davon. Das? Ja. Für was ist das? Nee. Das ist jetzt die Küche. Achso. Das Blau-Weiße. Nee. Hab mich jetzt dafür entschieden. Okay. Und ich muss irgendwie was anders machen. Warte mal. So. Junge Junge. Wenn wir mal zusammenziehen. Das wird teuer. Ja. Wir können ja nicht cheaten. Das ist ja das Schöne. So. Das kriegt den Rahmen ganz toll. Und hier kommt so was gemütliches hin. Okay. Das ist der Wohnbereich. Aha. Klar abgegrenzt. Ja auf jeden Fall. Okay. Jetzt mach ich da erstmal ein paar Fenster rein. Das geht ja sonst gar nicht. Was wollen wir denn überhaupt für Fenster haben? Auf jeden Fall Fenster. Du bist grad bei den Türen. Das macht den Fenster ein.